so freunde willkommen zurück bei dragon age aber eben hier was umgestellt damit da ich auf die türen zu was geht damit man das sieht und da vorne ist richtig stress gut dass wir schon die falle deaktiviert hat mit forscher die bekloppte durchgerannt ist zack natürlich leben wir noch genau so wird es geschehen und du mit deiner armbrust kannst du auch nichts mehr ausrichten es wird der kopf durch die tür gefallen das nehmen wir mit wir haben 74 von 70 das auch interessant gut dann würde ich mal sagen weiter geht's mal gucken wo wir hier noch hoch hier rauskommen hi ich bin kaladrius und ihr müsst der graue wächter sein von dem man so viel hört gleichgültig wer ihr seite wird sterben ihr habt von mir gehört natürlich man kann regent logger in der zeit kaum ein anderes wort als wächter entlocken dagegen kommt nicht einmal gold an woher kennt ihr logan ja ich dachte mir schon dass euch das interessiert man munkelt ihr wollt ihr unterstützung für logan aushebeln sicher eine schwierige aufgabe was wie einen berg abzutragen da braucht ihr doch bestimmt hilfe hat sie nicht eine abmachung mit logan getroffen es ist eher eine vereinbarung um ehrlich zu sein eine vereinbarung die in dem moment ungültig wird in dem bewaffnete eindringlinge meinen besitz stürmen um ehrlich zu sein war immer absehbar dass unsere geschäfte hier irgendwann enden werden wir haben für viele von loganes truppen bezahlt doch sobald das land ting beendet ist werden wir unbequem hier ist mein angebot für 100 sorens erhaltet ihr von mir einen brief mit dem siegel des terren von gwarn der beweist dass er in all das hier verwickelt ist dann verschwinden wir einige tage früher als geplant mit unseren gewinnen und den restlichen sklaven und zwar unverletzt das ist gar kein schlechtes angebot für den anfang ich fühle mich dreckig wir ziehen das doch nicht wirklich in erwägung oder also sind wir uns einig selbst ihr müsst zugeben dass es so viel besser ist als wenn wir auf barbarische methoden zurückgreifen müssten nicht wenn ich eure hilfe annehme bin ich doch kein dort besser als logan woher weiß ich dass mir euer brief etwas woher weiß ich dass mir brief etwas nützt 100 einverstanden wir bekommen wir kommen wo woher weiß ich dass mir brief was nützt er ist ein offizielles schreiben ob er euch weiterhilft oder nicht kann ich nicht sagen manche leute werden die wahrheit nicht erkennen selbst wenn sie direkt vor ihnen liegt nicht wahr wenn ich das mache bin ich doch nicht besser als logan nein seid ihr nicht habe ich etwa behauptet ihr werdet es sagen wir einfach ich hoffe dass die welt voller pragmatiker ist also ganz ehrlich das sind scheiß deal ist doch weil da nimmt die ganzen elfen ja mit nö zu schade es sieht aus als müssten wir es doch auf die harte weise regeln ich bitte um verzeihung gibt es vielleicht ver- oh scheiß da stehen auch noch welche die habe ich gar nicht gesehen nein der zug ist der zug ist abgefahren oh scheiß da ist ein magier nein sie haben schon geheilt egal nehmen wir einen kleinen hallo du soll genau so wird oh scheiße zack sehr gut der hund hat den hat ihn hat den einer platt gemacht okay jetzt werden wir sterben nein tun wir nicht einfach zu viel für mich jawoll das genügt das genügt es scheint als würdet ihr auch im ruf gerecht ich ergebe mich verschwindet auf stelle von hier und lasst alles hier vielleicht sollte ich euch die gnade dieser elfen überlassen ich schlage vor ihr macht mir ein neues angebot und zwar schnell ihr wollt euch ergeben ich schlage vor ihr macht mir ein neues angebot vielleicht sollte ich euch der gnade dieser elfen überlassen wartet hört mich an freundlicher sir wenn ich die lebenskraft dieser verbliebenen sklaven nutzen könnte könnte ich eure körperliche robustheit enorm steigern wenn ihr mir gestattet diesen ort leben zu verlassen würde ich euch diesen kleinen dienst nur allzu gerne erweisen ein interessantes angebot wenn auch ein wenig unschön also seid ihr an meinem angebot interessiert ja moment lasst mich mal kurz lasst mich mal kurz was überlegen er will die lebenskraft der el habe ich das richtig verstanden dass er die lebenskraft der elfen nutzen will um ey dann was was läuft bei dir eigentlich falsch dann zieht ihr es vermutlich nicht in erwägung mich dennoch gehen zu lassen hau einfach ab das ist äußerst großzügig von euch angesichts meiner lage hau einfach ab ey ihr seht nicht aus wie jemand aus tewinter nicht dass es wichtig wäre gehört ihr zu denen was geschieht jetzt mit uns seid ihr der den shining gesucht hat hat sie euch geschickt lobet den erbauer wir werden eure hilfsbereitschaft nicht länger beanspruchen kommt alle zusammen wir gehen nach hause wow ob ich den einen hätte töten sollen ich glaube manchmal ist es sinnvoller einfach ach egal jetzt ist eh zu spät jetzt ist eh zu spät okay okay Hey. Nun gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu ihm. Mal gucken, ob er was dazu sagt, was wir da rausgefunden haben. Boah, ey. Dieses Lanting, ey. Mal gucken. Huch. Da. Mal schauen. Hi. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Tja. Ach, der ist das. Jawohl. Ich hatte gehofft, ihr könnt mir mehr über die... Was habt ihr für Pläne? Sobald ich mich stark genug fühle, setze ich meine Reise nach Ostagar fort. Mit etwas Glück finde ich dort das Zentrum der Verderbnis und den Hort des Erzdämons. Wenn wir diesen Erzdämon besiegen wollen, müssen wir wissen, wo er ist und wann er zuschlagen wird. Hm. Ihr geht... Ihr geht alleine. Kannst du dir danken? Wir haben das Beitrittsritual gemeinsam absolviert. Das ist länger her, als ich zurückdenken möchte. Er war schon damals so hart wie Stein und unendlich stur. Ich glaube, ihm war lange vor uns klar, wie schrecklich die Entscheidung ist, wenige zu opfern, um viele zu retten. Allerdings war er immer für seine Rekruten da. Das war die einzige Schwäche, die er sich zugestand. Hm. 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 Nun, ich würde euch gerne alles erzählen, was ich weiß, aber mir scheint, das Wichtigste wisst ihr bereits. Seid stark im Glauben. Bewahrt die Leute vor ihrer Arroganz und seid euren Brüdern gegenüber so loyal wie möglich. Selbst wenn ihr wisst, dass ihr sie in den Tod führt. Wie viele Wächter gibt es eigentlich? Schwer zu sagen. Die genaue Zahl kennt nur die Feste von Weishaupt. Aber es gibt gewiss Dutzende, wenn nicht Hunderte, in allen Ländern von Thedas. In Anderfels leben mehr als tausend. Es ist fast, als hätte der Erzdemon für Raiden gewählt, weil er wusste, wie unvorbereitet es ist. Wart ihr schon einmal in der Feste? Einmal. Und das soll auch so bleiben. Das ist weit weg und sehr fremd. Die Wächter dort kämpfen gegen die dunkle Brut wie ihr und ich. Aber die Winter und Wälder haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Sie sind ein eiskalter Haufen, der sich nicht um den Rest der Welt schert. Ihr König ist schwach. Und viele andere wünschen sich, die Wächter würden herrschen. Ich sage es nur ungern, aber einige von ihnen scheinen es so zu wollen. Wie wurden die Wächter gegründet? Das ist fast 1200 Jahre her. So genau weiß das heute niemand mehr. Nur, dass alles mit einigen Soldaten auseinander begann. Es heißt, sie verließen die Armee ihres Königs und marschierten den ganzen Weg bis nach Tewinter, um gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Sie waren es auch, die den Erzdämon Dumat aufspürten und ihn erschlugen. Allerdings kehrte keiner von ihnen aus der Schlacht zurück. Die Gefolgsleute, die sie inzwischen um sich gescharrt hatten, gründeten daraufhin den Orden, der wenig später von Thedas anerkannt wurde. Warum liegt die letzte Verderbnis so lange zurück? Weil Erzdämonen nicht von selbst erwachen. Die dunkle Brut muss Jahrhundert um Jahrhundert Stollen graben, um einen zu finden. Und da sie niemand anführt, ist es schieres Glück oder ihr Instinkt, der sie zu ihnen führt. Aha. Überraschend ist also nicht die Zeitspanne zwischen zwei Verderbnissen, sondern die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommt. Aber ich vermute, dass die alten Götter sie rufen. Und dass sie diese Stimme in der Dunkelheit so viele Generationen lang antreibt. Wichtig ist nur, dass das alles keine Rolle spielt. Wenn ihr auf die dunkle Brut trefft, müsst ihr sie mit allen Mitteln aufhalten. Natürlich. Sicher? Okay. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert? Logan hat mit einem Sklavenhändler aus Terwinter zusammengearbeitet. Der Erbauer möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge die tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Logan darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Okay. Uh, es wird interessant. Es wird interessant. Alistar ist wohl jetzt dauerhaft sauer auf uns. Naja, okay. Er geht also zum Palast. Unbedingt. Ja. Ach, Alistar muss sogar auch mitkommen. Ah, das sieht also dann so aus, als ob wir direkt da hingehen. Ach, was soll's. Wird schon schiefgehen. Was? Oh, Leis unter Wafferellen im Jahr 8. 8.24. Ah, okay. Wo müssen wir hin? Da müssen wir wohl hin. Nun gut. Ich will jetzt nicht einfach rein rennen. Ne, müssen wir nicht. Da ist auch was anderes. Warte mal. Zu welchem Palast ist der gegangen? Da ist er. Okay. Dann reden wir mal mit ihr. Noch. Magie soll dem Menschen dienen und ihn nieder. Hallo. Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Sie sollen heißen Maleficum verfluchten und weder in dieser noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich gerade kommen. Gut, Freunde, würde ich auch mal sagen, dass wir heute dann hier ein bisschen eher Schluss machen, damit wir dann im nächsten Part das Lunting erleben können. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.